Wow! Oh mein Gott! Er ist wieder da! Stefan Rahm! Aber nicht im Fernsehen, sondern live! Live! Wow! Live! Na, wie findet ihr das? Ach nö, ich dachte ich wäre ihn los! Stefan Rahm! Der hat noch nicht mal eine Fernsehsendung! Stefan Rahm! Stefan Rahm! Steh nicht auf Klamotten! Stefan Rahm! Voll der Otto! Stefan Rahm! Du angepackt! Stefan Rahm! Der lebt noch! Wenn einer so richtig scheiße ist, dann Stefan Rahm! Stefan Rahm! Was? Der braucht kein Schwein! Ah ja, Stefan Rahm! Mittelmaß! Unteres Mittelmaß! Genau! Und ihr alle wollt ihn sehen! Aber nicht im Fernsehen, sondern live! Aber wo denn? In Köln! Und wo noch? Nur in Köln! Nur in Köln! Stefan Rahm! Die Happy Tones! Spitzenwitze! Und spektakuläre Gäste! Stefan Rahm! Stefan Rahm! Live! Am 18. Oktober 2018! In der Laxess Arena in Köln! Live!